13 Jahre kann ich erstens verstehen, Frau Erlacher. Zweitens fallen mir ganz, ganz viele Romane ein für bestimmte Epochen. Ich weiß aber nicht, was Ihr Sohn gerade in der Schule durchnimmt. Und deswegen haben wir uns für ein Buch entschieden, eine kurze Weltgeschichte für junge Leser. Wenn es trotzdem der Roman sein soll, für die bestimmte Epoche, müssen Sie einfach nur dranbleiben. Dann haben wir später noch einen ganz, ganz speziellen Web-Tipp. Dieses Buch bezieht sich aber eben auf alles. Also von den Höhlenmenschen bis zum Ersten Weltkrieg und in der neuesten Auflage sogar noch weiter bis in die Jetztzeit, hat hier der Autor Ernst Gombrich alles zusammengefasst in einer Sprache, die wirklich jeder versteht. Und zwar ist er darauf gekommen, er hat gar nicht Geschichte, sondern Kunstgeschichte studiert und Archäologie in Wien und war nach seinem Studium arbeitslos und sollte dann aus dem Englischen ein Geschichtsbuch ins Deutsche übersetzen, hat dem Verlag gesagt, sorry, braucht ihr nicht übersetzen, verkauft ihr sowieso nicht, ist nix. Und hat dann von dem Verlag einen Auftrag bekommen, selbst ein Geschichtsbuch für junge Leute zu schreiben. Und das ist dabei rausgekommen. Es sind knapp 350 Seiten und man ist schon erstaunt, wie auf wenigen Seiten wirklich die Weltgeschichte erklärt wird. Ich habe, als ich dieses Buch damals oder wie ich auf dieses Buch gekommen bin, war nämlich auch, ich habe was nachschlagen wollen, war im Internet und da dachte ich, ich hole mal ein altes Geschichtsheft raus, habe angefangen zu blättern, hatte dann hier zwei Seiten über den deutsch-französischen Krieg 1866 und habe einfach mal nichts kapiert. Ich hatte dann mit Freunden geredet und einer hat mir dieses Buch empfohlen, ich habe es gelesen und ich muss sagen, es ist auch für Erwachsene wirklich mal ganz interessant. Sie merken einerseits, wie wenig hängen geblieben ist aus der Schulzeit von Geschichte und wie viel man doch wirklich in so einem kleinen Buch findet. Und ich möchte ganz kurz mal mit Ihnen in dieses Buch reinschauen. Also wir haben hier im Inhaltsverzeichnis, sehen Sie, immer unterteilt und das ist auch der große Vorteil dieses Buches, glaube ich. Also ich habe zum Beispiel in einem Geschichtsheft von mir gesehen, Bismarck am Anfang, Bismarck am Ende, hier ist alles chronologisch aufgebaut. Zum Beispiel haben wir das Land am Nil, ich glaube, das ist das, was man als allererstes in der siebten Klasse in Geschichte macht, von König Menes dann bis Echnatons Reformen und es geht dann weiter auf den 350 Seiten. Neu in diesem Buch ist, weil er hat das ja schon im Alter von 25 Jahren, hat er dieses Buch bereits geschrieben. Das heißt, es ging auch nur bis zum Ersten Weltkrieg. Seine Urenkelin, ja doch, seine Urenkelin hat ein Vorwort geschrieben und hat in diesem Vorwort einfach mal erklärt, wie er überhaupt oder wie es auf die Familie gewirkt hat, dass er dieses Buch geschrieben hat. Das ist neu und sie endet dieses Vorwort mit einem ganz schönen Satz und zwar, dass dieses Buch nicht zu gedacht ist und nie dafür gedacht war, ein Geschichtsbuch zu ersetzen, das in der Schule ganz anderen Zwecken dient. Ich möchte, dass sich meine Leser entspannen und der Geschichte folgen, ohne sich Notizen machen oder Namen und Daten merken zu müssen. Das ist ihnen gelungen. Er schreibt auf jeden Fall, der Herr Gombrich noch, ich verspreche auch, dass ich sie nicht abfragen werde. Das kann er mittlerweile auch gar nicht mehr. Ernst Gombrich ist gestorben im Jahr 2001, aber Leonie Gombrich hat es jetzt übernommen, dieses Buch, dieses Werk fortzuführen und eben immer aktuell zu halten, nämlich auch für spätere Generationen immer die kurze Weltgeschichte für junge Leser zu erstellen, die eben über 350 Seiten nicht hinausgeht.